ja hallo freunde willkommen zu einer neuen folge von kühnes kochkanal schönen zweiten advent wünschen wir euch ja heute machen wir käsespätzle viel spaß bei uns soll es heute käsespätzle geben ich möchte mich heute mal selber an die spätze trauen nicht gekaufte nehmen sondern selbst gemachte mal schauen ob das was wird dafür benötigen wir drei eier 130 milliliter lauwarmes wasser ungefähr drei viertel teelöffel salz und 300 gramm mehl und für die käsespätzle dann butterschmalz käse nach wahl wir nehmen cheddar 100 gramm 100 gramm edammer und 100 gramm bergkäse der noch gerieben wird dazu brauche ich eine zwiebel und gewürzt wird mit pfeffer und salz unsere drei eier und das salz sind im mixtopf gelandet dazu gieße ich noch das lauwarme wasser und das werde ich jetzt aufschlagen und dann nach und nach das mehl dazu geben so sieht nun unser fertig gerührter teig aus den lasse ich nur noch zehn minuten ruhen in der zeit werde ich wasser zum kochen bringen und dann werden wir unsere spätzle was macht man damit schaben reiben naja auf jeden fall spätze daraus machen unser salzwasser kocht und nun kann es losgehen nun habe ich unseren spätzle teig auf dieses spätzle brett gelegt und streiche den nun in der hoffnung dass was rausfällt tut es nämlich nicht da fällt irgendwann mal was ich glaube da sind schon die ersten reise eingefallen wir jetzt na denn ich denke mal das wird erst etwas dauern ist nämlich heute der erste einsatz korrekt ja wenn wir dann soweit sind dann melden wir uns wieder nach stunden vielleicht ok bis gleich die ersten fertigen spätzle knöpfle wie auch immer sind ja nicht wirklich die spätzle aus habe ich nun schon abgeschöpft immer wenn sie oben schwimmen dürfen sie abgeschöpft werden und in einem bereitgestellten topf warm gestellt zu unseren bereitgestellten spätzle oder warm gestellten spätzle folgt nun der käse dann mische ich nun einfach schädter unseren berg käse ja den hat helmut aber sehr dünn gehobelt dann der edammer so und dann geht es gleich weiter mit spätzle wieder so jetzt bin ich dran ein bisschen käse so alle drei sorten denke ich mal hast ja vorher auch gemacht habe ich vorher auch gemacht genau kommen wir hier ein bisschen schlecht dran und das ist der gute berg käse bisschen dünn geschnitten oder gehobelt habe ich gerade schon gesagt ok dann muss ich beim nächsten mal einen anderen einsatz nehmen korrekt du dein gepusseln mit den dings nimm die finger demnächst und dann ist gut jetzt habe ich mit dem löffel angefangen und bei der letzten sorte höre ich auch mit dem löffel auf so sag hier noch so ein bisschen da hinten in der ecke kommt noch was hin so ok jetzt darfst du mit den spätzle weitermachen moment hier muss ich noch ein bisschen so die schöpfgele ist hinten beim abwaschbecken es ist alles beschlagen man sieht nichts aber ihr könnt euch vorstellen das sind spätzle wie man hier sieht man sieht immer noch nichts ja so ein bisschen andeutungsweise funktioniert das so denke mal ein können wir noch verkraften hier sind noch ein paar reste drin die nehmen wir auch machen wir ganz oben auch eine schicht käse ich würde sagen ja dann noch mal eine schicht das sieht ganz gut aus jetzt mache ich es wirklich wie anne gesagt hat mit den händen der ist ein bisschen ich sag der ist zu dünn gehobelt aber es macht nichts er kann zu laufen und alles ist gut so hat sich zu ende zerlaufen hier noch den rest drauf und vom cheddar auch naja das hätte sie verteilen können sieht doch ganz gut aus ganz schick geworden jetzt kommst du in den backofen bei 120 grad und dann sehen wir uns gleich wieder in einer pfanne habe ich den butterschmalz erhitzt war ein guter esslöffel da rein gebe ich nun unsere zwiebel und bestreue die zwiebel ein bisschen mit mehl die kann jetzt etwas anbräumen und dann sehen wir uns glaube ich gleich beim tellerbild wieder oder zumindest wenn man in den topf schaut alles klar bis gleich und wie soll es anders sein bei familiengekühne wir haben mal wieder was vergessen das nützen unsere zwiebeln legen noch jetzt ein wenig pfeffer ab und salz so nun sehen wir uns aber gleich wieder der tisch ist gedeckt unsere käsespätzle sind fertig ich habe nun unsere zwiebeln drauf gegeben und nun können wir essen ja kurzes fazit total leckere sache schon aufgrund dieses zwiebel toppings also total lecker gehört auf jeden fall dazu wenn ihr die spätzle nicht selber machen wollt nehmt welche aus dem kühlregal also ich glaube wir werden wenn es nicht gerade schnell gehen muss unsere spätzle jetzt immer selber machen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da netten kommentar ja abonnieren könnt ihr immer unten rechts anne und ich würden uns freuen wenn ihr nächste woche wieder dabei seid bei einer neuen folge von kühlens kochkanal und jetzt wünschen wir euch weiterhin einen schönen zweiten advent und bleibt gesund tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal